So was geht ab, Max am Start heute mit seinem Fortnite Video und heute werden wir spielen für Raubzug und ja ich hab ein bisschen spätes Video gemacht aber ja hoffentlich euch gefällt das Video trotzdem. Ja und mit dabei ist Tom und leider ist Barthu schon gestorben aber mit dabei ist noch Barthu. Ja und wir werden einfach probieren mit dem Wind zu holen. Tom hat auf jeden Fall Lama hinten drauf. Ich hab nur einen Rücken, das ist zwar. Und lass auf jeden Fall ein gottlos Abo, da unten ein Like, wäre mega geil. Tom wollen wir zum Bus gehen. Tom wollen wir zum Bus gehen. Hier sind noch Gegner. Einer ist Low. Also einen hat 50er und noch 27er Weiß-Hit. Hab ihn. Oh Digga! Was gibt die mir? Da kommt doch einer. Ah fast ein Headshot. H63er! Im Ballon 63er! Hab einen! Hast du ihn? Oh Digga! Jawohl! Ere! Sechs Kills, zehn Kills haben wir insgesamt. Hier sehen alles. Bei mir ist noch eine Legendary Ska für dich. Hab keine. Achso okay. Ich nehme eine Double Digga und ne. Ah ne mich nicht. Das ist ein Anzeigefehler. Den gibt's, äh das ist ein Anzeige. Jaja. Hat Ston Herzge auch zweimal im Video gesagt. Weil ihm haben 24 Leute zugeschaut und der hat gesagt, das ist ein Anzeigefehler. Steht auch auf Twitch und so. Twitter und so. Gibt's eigentlich Hoverboards in dem Modus? Ich hab mal mit meinen ISO zu fast Sekunden. Wir haben irgendwas mit den Schlötchen zugeschaut. 2,21,21,21. Wir müssen uns jetzt ein bisschen beeilen. Gegner! Er hat eine Demo. Okay ich lasse dir den Kill. Haha, das hat der hat er gemacht. Okay, komm, wir müssen jetzt ein bisschen Zahn zulegen. Ist nur noch ein Auto. Okay, Place Jump. Loll, wie kannst du zwei Jump-Explaysen? Hä? Wie geht das? Letzte, okay, letztes, letztes Auto. Nein, man muss nicht immer noch eins. Ach so. Hey, aber... Wir können uns da hinbauen zum Ding. Was? Soll ich hochwarnen? Digga, der war so knapp, der Snipe. Mach, 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 mach. Ich geh alleine. Nein, nein. Bitte. Wir sind zum Freitag beschäftigt. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. Ich hab's. noch ne zweite Runde. Ehrenhaft. Und wir sind... Ja, zwei Wins hintereinander. Moin. Moin, ähm. Ich mach gleich alleine in das Rollerein. Hallo. Ehrenhaft. Oh, ich hab was Neues bekommen. Spinnt. Spinnt. Ach so, der Lama. Geil. Direkt nächste Runde Raubzug. Ich bin 42. Ich bin 42. Hier, diese eine Aufgabe nervt so hart. Hä? Was für Aufgabe? Mit, äh, die mit dem, mit der Kanone. Füge Gegner Schaden mit deiner Piratenkanone zu. Ja, 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 ja. Das hab ich mit ISO auch probiert. Gleicher Runde kann man nicht mehr reinigen. Geh, geht nicht mehr. Gleicher Runde ist entfernt. Das ist so behindert, die Aufgabe. Runde mit den Ums пока. Bes foot vor und danach kuscheln – Ich mach' Video! Bar zu! Apostel G choose input power! Kann's bitte die Musik ausmachen? S강t man ein bisschen свет. Ja, ich starte Video als erstes. - J pianоль Maryland, hab mein Video. Heute mal Tom, Markus am Start. Heute mal zocken wir mal. aufzug gewohnt möchte ich dich wohl direkt ja 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 und dann wieder wieder mein haus weiß und kommt jeder in dieses haus wir gehen schon in verschiedene, wir brauchen ja Loot scheiß drauf oh Blow Pump Gun, Blow Pump Gun ich komme einfach in hier komme ich zum Max Max ich bin genau neben dir ok ich habe eine Double Pump ich habe eine Skala aber ich komme an der Headshot Skar gegen Pump, machst du? äh ja, klar hier Mond? ich gebe dir auch Mond ja dein Ding ist noch ein Gegner ich weiß nicht du sagst du bist der schlechteste Spieler er hat eine Pump Gott sei ins Garo das Ding mir bitte ich habe ihn 50er gönnt ich habe mir gerade aus dem Automat schnell 50er gegönnt doch die Jungen hoch seine chest doch nicht hier wir bitte kriegst du chest lol äh habt ihr Punk a Moon ich habe ich konnte mir gerade einen Biggie gönnen wo ich 200 Leben hatte hab mir einen Biggie mir ein Biggie gönnt Könnt ihr kurz aufgehen? Ich hab keine Stummi vor, wisst ihr es nicht. Ich hab nur einen Blue-Pub. Nüüüüüß. Da haben wir geöffnet. Hat sie jemand 20er? Was? Nein! Da ist noch Regen, aber ich hab einen Stummi. Erst Watch out, Erst Watch out! Oh mein Gott! Zwei Headshots und ein Hit. Der ist das Monkey jetzt, den ruhig. Ja, gönnt ihr, du. Gönnt ihr, du. Oh, wow! Ein paar Hunder da? Hab ihn? Irre. Ich hab Minis. Ich hab ein Mini-Gönn, die hier kommen. Von mir ist eine lila eine Pant für dich, falls du einen willst. Irre, Digga! Soll ich...soll ich...soll ich mir... Achso, ich trinke jetzt Minis. Oh, Digga. Hast du Rocket-Ton? Ähm, ne. Ah, hier liegt doch ein Rocket Moon. Erste, hat der Hit? Ich check nix! Ich check hier nix! Hast du Punk am Moon für mich, bitte? So schwierig. Ach, danke. Hast du auch Leichte? Ich nehm. Ich hab nur 18. Ja, passt. Hä? Und jetzt pushen. Ich geh jetzt richtig auf Kill. Hä, wo ist der Gegner? Mit dem Lama? Was hast du benutzt? Was hast du benutzt? Jump it! Nein! Wie bist du damit? Da ist hellgekopp. Digga, such mir mal. Hilf mir mal! Digga, hallo, helf mir doch mal! Ach Digga, ich... Hilf mir doch mal! Alter Tom, lass du spielen, Junge. Wer fragt noch so behindert, wie bin ich dahin? Ich bin da hingekommen. Äh. Ja, ich stöpfte ja. Ey, helf mir doch mal, Junge. Äh. Ah moin, er hat verlassen. Bestimmt wie ein Netzwerkfehler. Hm, das war nicht wie ein Netzwerk. Ich bin da, also ist oder? Ja. Ja. Ja, ich gehe so weit in den Tänelsel. Ja, ich gehe so weit in den Tänelsel. Ich bin bei ihm drin und er lief nicht. Okay, jetzt geht es dir. Jetzt komm rein, Tom, ich lade dich ein, wenn ich mich will. Ja, ich habe dich eingeladen. Und es ist eh öffentlich, es ist öffentlich, kannst reinkommen. Hä, Tom, sie in Gruppe einladen. Jawoll. Ah ja. Jetzt kannst du den Part einladen. Mach ich auch grad. Ja, spiel Shit. Ah, jetzt ist eine Sache drin. Hallo? Hallo? Sorry. Können wir schnell noch eine dritte Aufzugrunde machen? Hallo? Hallo? Ah, doch, er redet. Ich spiel jetzt sogar nur noch mal auf das zu tun. Okay, Leute, der dritte Lunde ist da. Auf, man muss ja nicht bauen können auf der Tastatur. Ähm. Schon mal, ich kann schon ein bisschen bauen. So warntreppe und so bearbeiten und so. Das kann ich schon, aber ähm noch, ähm noch. Aber Retour ist eigentlich voll gut. Weil da kann man richtig dicke fighten. Lol. Hast du den Glitch gerade auch? Hier bei dem Skin bei mir? Nein, hab ich nicht. Ach, schade. Wo sollen wir hin? Ich denk mal in den Tresort bei Vettel oder Solti. Ich denk halt nicht. Ja, stimmt. Das könnte auch sein. Pleasant. Ja, Vettel. Ja, gut. Willst du das Lama dann haben? Ja, klar. Ich bin so schlecht. Ist egal. Na, scheiß. Oder wieso spielst du nicht auf Controller? Weiß ich nicht. Baaah. Ich bin auf Controller. Was? Ich bin, ich bin eigentlich nicht schlecht. Nein. Doch. Nein. Nein, doch. Also ich finde... Nein, du bist gut. Du bist besser als Richard. Nein. Also du bist besser als Trakia 2-2-2. Ja, bäh. Natürlich. Tom, danke, dass du mir die gibt. Katastrophen-Loot-Isda. Danke, dass du mir die gibt. Danke, dass du mir die gibt, Knotus. Ja, okay. Ist in Ordnung. Wow, was für ein Loot hier ist. Schon ewig. Die Hacke habe ich schon seit der Zeit, seit der Modus das erste Mal rausgekommen ist. Ja, ich stehe raus. Ja, ich stehe raus. Ich habe mit Maxi gerät. Wie geht? Ist da? So, ich bin getrinken? Keine Ahnung. Ja, ich muss noch mal das Atom in Anspruch nehmen. So schnell. Nein, Basti. Wir haben keinen Wind geholt. Hä? Früher. Doch, zweimal. Nö. Wir haben einmal den Wind geholt. Ich alleine. Gestern. Gestern. Ja, sagst du auch gestern. Ja, gestern stimmt wirklich toll. Ich bin alleine sieg gut gestern. Ich bin von der Sorn gestorben. Aber die Sorn hat auch zehn gestorben gemacht. Ich habe einen komischen. Oh, okay. Besten Loot. Ich habe Epic Scar, Epic Shotgun, Epic P90 und einen blauen Granatenwerfer. Er hat einen HP dort. Einen HP dort. Na komm. Der soll von mir kommen. So, ich komm? So, ich komm? Okay. Ich komm, ich komm, ich komm, ich komm. Hey, ich komm, ich komm. Ich komm. Ich komm. Wo sind die? Auf der Seite können ich schon was gehen. Wo seid ihr? Was ist denn dein Tresor? Ich bin ein Vettel. Dann komm ich mal zum Tresor. Ja, ich komm. Ich komm nicht. Ich komm nicht. Ich komm nicht. Ich koch aber noch ein kleines bisschen. Krieg die Wachen. Leute, ich nehm für euch ne lila ne Pumka mit. Eigentlich, weil ich... Viel Minis habe ich liegen lassen. Ich krieg das Lama da. Gucke. Okay, warte. L... Ne... I... Oh, die ganze Zeit Ding. Hat die Raketen nur vielleicht? Ich brauch selber. Ich komm. Eine Sonne Schot. Eine Sonne Schot. Eine Sonne Schot. Der ist bei mir. Der ist so. 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 Der kommt von hinten. Der hat seine Power, aber der war so One-Shot. Ehre, danke. Ey Bartu, ich hab den gerade den Arsch gerettet. Danke. Hier ist noch eine Liga. Ich mache das auf Tastatur. Oh, wie viel Pumpkammon hatte der, Tom? Äh, kein Problem. Brauchst du die Pump oder krieg die Pump? Nö, nee, Bartu. Äh, darf ich die Bumdys haben, Tom, weil du hast Lama? Äh, krieg die Bumdys? Ach so, ja. Nach, so, nach, so, nach, so. Habt ihr gelobt? Aber nicht, ach so, okay. Dann jetzt. Nein, ich hab nur ein Fatal-Fields. Ich muss mal die ganzen Waffen laden. Er wollte Slama in Frosty Flights ist auch im Arsch. Okay. Heute hatte jemand leichte Moon. Äh, ich leichte. Warte, ich schau mal kurz. Äh, ja, hab ich, aber. Darfst du ein bisschen was haben? Ich geb's den, manche. Also, ich geh jetzt geben. Ja, ganz schnell. Ein bisschen was. Danke. Was? Ich hab ihn gegeben. Ähm, geben Tom, Ding. Ähm, Max, gib Ding, Tom. Bin auch ein bisschen. Was? Was? Rechte. Papa, das passt, egal. Sehr gut. Hier sind Äpfel. Ich kann nicht jetzt. Oh, Gegner. Ich bin überhaupt nicht. Ey, Digga, ich will. Bartu, der will schießen. Ach, schon hinter Bartu. Ich denke, er einmal schießen würde, wenn der... Und Dunel-Eck sind. Aber... Ich kann keine Wand pläsen. Natürlich kannst du doch keine Wand pläsen. Der Gegner hat immer schon pläsen. Schade. Okay, Leute, das war's mit dem Video. Wenn's euch gefallen hat, lasst Kürzlose ab und da unten ein Like. Und... Hattet's.